Bürgermeister, Friedrich Badl, mit der Meinkönigin Sophie, Friedrich von der Meiprinzessin. Wenn ihr das jetzt schaut, wir haben uns nicht glaubt, wir haben das heute in unserer Gesundheit. Wir haben das heute in unserer Gesundheit. Wir haben das heute in unserer Gesundheit. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir haben da nicht gewünscht von der Familie. Wir haben da keine Schummernitz aus Deutschland. Wir haben das heute in unserer Gesundheit. Wir haben das heute in unserer Gesundheit. Wir haben den ersten Rücken. Liebe Frau Jörg, von der Frau Kerstaus. Herzlich willkommen in der Stadt der Sherpa. Die Kirche geben uns, wir sind auch sehr dankbar, dass die Ernte gut ist, dass das Wetter passt und dass man alles so gesund einbringt. Feuerwerk ist immer für uns da und das ist schon etwas ganz Besonderes. Diese Löschbombe, liebe Damen und Herren, das Löschfahrzeug kommt aus dem Jahr 1899 und die ist noch absolut funktionstüchtig. Die wurde renoviert, meine Damen und Herren, und Spezieter Gerhard Baumann, der hat sein Wissen in Bezug auf die technischen Details eingesetzt und wie gesagt, man hat sie eben wirklich wieder funktionsdürftig gehabt. Sie war schon ganz dem Verfall, vom Verfall bedroht, aber sie funktioniert einmal frei. Wie gesagt, ein schöner, toller Sonderbeitrag von unserer Freiwilligen Feuerwehr Gammitz, wo natürlich auch ein Stand von der Freiwilligen Feuerwehr feinfest vorhanden ist und den sollten Sie nicht zahlreich besuchen, denn ich weiß, die Freiwillige Kulteherrke auch kaum hat, er hat sein Wissen dazu eingesetzt oder ist er restauriert, weil das von Andreas Köln fein ist und Sieg, dass die Bilder unterstützt. Und wichtig war jetzt auch ein Hinweis, die Freiwillige Feuerwehr gestandet wird uns auch über diesen Bai-Bau, der mittlerweile schon von einem Europa-Beibau wurde und das auch mal gewissen, den Bai-Bau ein bisschen mehr geändert und die Erdämpferung. Und er hat sich auch auf den Wald auf denalesenenenenen bis zu einem Erinnerung statt und dann schon bei den Bundeskanz-Gruppen. Und ich habe schon gesputzt. Danke, 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 danke. Grüß dich. Der Reiner macht den Aufkurs, die Worte Gottes, der Bacchus, da gibt es eine gute Geschichte dafür. Ich habe gesagt, ich habe eine gute Geschichte, die ich habe gehört. Und zwar, wie gesagt, unser Kanzler, der Register, der uns hier im Kopf hat. Wenn man unter uns in der Bacchus, da könnte gar keiner besser passen als die Bacchus. Da sehen Sie! Hier sind die Bacchus, die sind die Bacchus. So grinner ist die Bacchus und draußen ist die Haufbeiß. Hier ist die Bacchus. 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 Hier ist die großen Kreuz. Hier ist die Bacchus. Hier ist der Spotta. Herr Damos, ich brauche mich an. Wünter, der Oma Dieningreich, der ist sogar viel dabei. Ich trage mich an. Ich brauche dich an. Hier haben wir die Bacchus, die gehen so auf den Ort gegen. So ist das raus. Herr Denn principles, wir geben dir das Riemer davon. Das ist der Dauernat. Ich bin seit Jahren mit Störern. Ich bin der Körner, ich bin der Körner, ich bin der Körner. Meine Damen und Herren, es sind sehr wichtig, dass die Zeiten, es gibt heute mal noch super Zeiten, sondern es gibt auch zwei, die sind Zeiten gegeben, die in der UNZER Bundesheer extrem wichtig sind, dass die Kampagne auch extrem wichtig sind, und die Kampagne sind auch in der österreichischen Kampagne. Und ich glaube, jetzt meine Damen und Herren, wir haben eine sehr, sehr große, eine lebensreiche Volkergruppe im Studio, Der Niedi-Sterner ist ein neuer Staatsmeister für alle im Auge. Der Niedi-Sterner ist ein neuer Staatsmeister für alle im Auge. Der Niedi-Sterner ist ein neuer Staatsmeister für alle im Auge. Der Niedi-Sterner ist ein neuer Staatsmeister für alle im Auge. Der Niedi-Sterner ist ein neuer Staatsmeister für alle im Auge. Der Niedi-Sterner ist ein neuer Staatsmeister für alle im Auge. Der Niedi-Sterner ist ein neuer Staatsmeister für alle im Auge. Der Niedi-Sterner ist ein neuer Staatsmeister für alle im Auge. Der Niedi-Sterner ist ein neuer Staatsmeister für alle im Auge. Der Niedi-Sterner ist ein neuer Staatsmeister für alle im Auge. Der Niedi-Sterner ist ein neuer Staatsmeister für alle im Auge. Der Niedi-Sterner ist ein neuer Staatsmeister für alle im Auge. Der Niedi-Sterner ist ein neuer Staatsmeister für alle im Auge. Der Niedi-Sterner ist ein neuer Staatsmeister für alle im Auge. Ich bin der Kaffee und ich muss ihn jetzt gut aus. Ich bleibe das Klaue auf, ob ihr beide super seid. Wo war die ganze Klaue? Ich bin der Klaue. Vielen Dank. Applaus